Musik Hi Christoph, schön von dir zu hören oder dich zu sehen. Wo bist du gerade? Auf der Couch, wie du siehst. An einem Ort. Man ist ja jetzt in einem Nichtraum. Genau, man ist in einem Nichtraum und irgendwo virtuell. Blurten, Hintergründe oder viel Kunst. Kunst sammeln und hinter sich hängen ist auch gerade so ein Ding. Sehr gut. Wenn ich so zurückblicke, du gehörst ja mittlerweile fast schon zu der höheren Generation, wenn ich mich betrachte sozusagen. Sehr alt. Früher TGG gegründet, also ein Digital Native, darf man das sagen? Ich glaube ja. Ich bin 83 geboren, gerade noch so. Genau, ich bin ja eher so ein Angelernter sozusagen. Da drängt sich in deiner Generation natürlich die Frage auf, was ist denn die Zukunft der Agenturen, in denen wir ja irgendwo alle sind. Stimmt. Erstmal ist sie digital. Das ist erstmal die Binse, die man dem voranschieben muss. Ich glaube, man kann diese Frage nicht beantworten, ohne sich die Frage zu stellen, was ist die Zukunft des Marketings, das ja irgendwie natürlicherweise Kunde der Agentur ist. Und da kann man, wenn man gerne möchte, und ich möchte jetzt gerade einfach mal ein düsteres Bild malen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gesagt, Marketing hat sich herabgearbeitet zur Clicky-Bunty-Abteilung. Und man kann so ein bisschen sagen, dass wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, die klassische Werbeagentur wahrscheinlich denselben Weg genommen hat. Nämlich bunte Ideen auszuführen, Weißraum ausfüllen und das in einer Art, die irgendwie keine zusätzliche Wertschöpfung ausmacht. Insofern glaube ich, dass das, was früher mal so die große klassische Agentur war, sich komplett neu erfinden muss, so wie sich Marketing auch neu erfinden muss. Ich sitze im Beirat von einem Marketingstudiengang, wir haben letzte Woche diskutiert, wie sich denn so Marketingstudien entwickeln müssen. Ich glaube gar nicht mehr an die Marketingabteilung, sondern ich glaube an eine Commercialabteilung. Also wenn du dann über digital, performant, im besten Fall auch noch mit Business Innovation aufgeladen nachdenkst, dann merkst du halt tatsächlich, das kann keine klassische Agentur mehr. Sondern am Ende ist die Agentur der Zukunft wahrscheinlich ein multidisziplinärer, generalistischer Spezialanbieter, der nicht nur alle Kanäle und alle Botschaften bespielt, sondern tatsächlich im Idealfall auch orchestrieren kann, wie dieses alte 7P-Marketing, also das Produkt selbst, das Pricing, der Place und nicht nur die Promotion funktioniert. Insofern wird das vielleicht noch Agentur heißen, aber mit der Agentur, wie wir sie kennen und wie wir, du sitzt ja in Hamburg, sie aus der alten Hamburger Agenturwelt gefühlt sind. Ja, so wird die nicht mehr aussehen und funktionieren. Und vor allen Dingen wird es dieses Primat des Kreativen, so wie Jean-Rémy es mal geprägt hat, so nicht mehr geben. Es wird ein strategisches Zeitalter anbrechen. Und wer kommt dem heute am nächsten vielleicht? Es ist nicht so einfach zu sagen, hm? Zorel vielleicht mit seiner SV Capital. Gerade in der FAZ, der alte Mann der Werbung sozusagen, mit noch ganz viel Energie, mit 76. Also da habe ich ja noch einige Jahre vor mir glücklicherweise. Du und neun Jahre. Und du noch viel mehr. Ja eben. Leider noch viel mehr. 38 Jahre, das ist so viel, wie ich es schon habe. Also die Hälfte habe ich rum. SV Capital ist irgendwie ein interessanter Twist. Für mich ist, wenn wir davon ausgehen, dass der Zielzustand irgendwie 2.0 ist, dann ist SV Capital ein interessantes 1.5. Also auch da fehlt tatsächlich so ein bisschen die strategische Kompetenz, Geschäftsmodelle zu verstehen, Top-Management zu beraten und ähnliches. Ich glaube, wir Menschen aus Agenturen müssen anerkennen, dass uns heute Beratungsunternehmen vormachen, wo vorne ist. Und ohne jetzt irgendwie die hochloben zu wollen, aber guck dir, weiß ich nicht, Essentia Droga5 an, auch Sinner Schrader und Essentia, guck dir an, wo die Leute hingeht. Das ist schon ziemlich weit vorne und ein aus der Beratung kommendes und deswegen nicht zu kopierendes, aber immerhin ein Ökosystemansatz, der interessant und vorwärtsweisend ist. Wobei sie ja eigentlich tendenziell auch eher versuchen, seit einigen Jahren sich in das Marketing reinzusneaken. Das ist ja die Geburtsstunde sozusagen der Consultancies, die in diesen Markt irgendwie Eintritt gefunden haben, ist ja eigentlich, sich in das Marketing gewissermaßen hereinzusneaken, weil eben am Ende Marketingentscheider mehr messbar geworden sind. Und ich glaube, das ist der fundamentale Unterschied. Das ist eben heute Business Impact und nicht so sehr Reichweite und Loyalität und große, weite Welt der Sender-Empfänger-Modelle und so weiter. Ja, du hast einen zentralen Unterschied und ich glaube, der wird immer unterschätzt, wenn das kopiert wird. Und deswegen ist S4Capital natürlich irgendwie ein gutes Beispiel. Wenn ein Essential, auch McKinsey mit Designagenturen oder Capgemini, wenn sie Frockdesign kaufen, so eine Moves machen, dann ist es immer eine Bewegung von oben nach unten. Also von Boardlevel in, naja, wir machen noch ein paar andere Sachen mit. Was auf der Preisposition eine interessante Differenzierung zu den klassischen Agenturen, die ja immer eher von unten nach oben, also hoffnungsfroh mit der Marketingchefin in den Board rumgehen und sonst da ja auch keinen kennen. Insofern, im Moment würde ich sagen, dass diese Art von Bewegungen interessanter sind und sich Agenturen und Agenturnetzwerke noch sehr strecken werden müssen, um da tatsächlich wieder wettbewerbsfähig zu werden. Ja, das ist das Dilemma, in dem wir als Agenturen sozusagen stecken, weil wir leider eben nicht so hoch einsteigen, wie das die Accentures oder andere tun und damit eben nicht an den richtigen Gesprächspartnern sozusagen drauf sind. Ja, und ich glaube, wir haben das passieren lassen durch, und das ist so kollaboratives Versagen, durch die Entwertung des Kreativen. Also du kommst ja zu einer, so die kreative Klasse hat sich vom Controller verarschen lassen. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle die Controller mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ich denke, am Ende haben es die Agenturen selbst verbockt. Weil wir alle irgendwie kollaborativ daran zusammengearbeitet haben, dass Kreativität als rechte Hirnhälfte-Tätigkeit wenig wert ist, ist es eben heute insgesamt wenig wert und dabei wäre es so kraftvoll. Weil sie haben eigentlich über viele Jahrzehnte versäumt, sich für die Idee bezahlen zu lassen. Stattdessen sind sie im Wesentlichen über die Umsetzung vergütet worden. Und insofern ist es richtig, die Agenturen sind ein bisschen weggeglitten und sind den Kontrollern, den Einkäufern ein Stück weit zum Opfer gefallen, in Anführungsstrichen, aber durchaus auch selbst verschuldet, weil man eben diesen Kreativprozess, die Idee an sich, dem misst man eigentlich insofern nicht die Bedeutung bei, weil man sie immer versucht, in Arbeitszeit zu übersetzen. Und das ist natürlich ein Spiel, was man nicht gewinnen kann. Das ist auch so ein bisschen der Ansatzpunkt, warum wir in unserer Beratung sagen, Beratung aus der kreativen Klasse. Und weil es mir eben darum geht zu sagen, in dem, was wir sehen, also auch in Essentia, auch in Deloitte, ist am Ende Excel getrieben, ist am Ende Benchmarking gegen das Beispiel aus der Industrie, was gerade gut ist, ist aber nicht differenzierend. Und ich glaube, dass tatsächlich gerade die Rückbesinnung auf diesen kreativen Moment in einer Zeit wie dieser hilft, einen anderen Ansatz auch aus dem Bord rum zu erringen. Auch Strategie kann kreativ sein. Kann und muss man das vielleicht differenzieren? Also wir, glaube ich, denken immer intuitiv eher an die Big Logos, an die Corporates und übersehen manchmal den Mittelstand, der ja ein großer Nachfrager wird in den nächsten Jahren. Ist das vielleicht eine marginale Chance für die Agenturen, ein bisschen zurückzukommen, auch eine Partnerschaft vielleicht zu begründen, die nicht so sehr Board-Level fokussiert ist, dafür aber den Unternehmer als Gesprächspartner? Naja, der ja irgendwie Board-Level im Mittelstand ist. Ich glaube, es gibt zwei Antworten. Und ich glaube, die Mittelstandsantwort ist die eine, weil da ist echtes Unternehmertum, da ist zum Teil auch Genervtheit mit dem Geschäftsmodell der großen, und da kommen wir gleich hin, der großen Beratung und der Wunsch nach echter Partnerschaft. Also die Antwort ist, ja, Mittelstand ist ein relativ interessanter Grund. Und die zweite Dimension ist meiner Meinung nach, und das ist auch das, wie wir es machen, absolute Lösungsorientiertheit. Das Interessante an dem Geschäftsmodell von Essentia, von BCG, von wem auch immer, ist ja, dass sie dir eben keine Lösung verkaufen, sondern die Bestätigung und Rotation deines Problems zum Geschäftsmodell. Oh, das hört man das nicht gerne. Aber so ist es. Es geht ja explizit nicht darum, dir in einer sinnvollen Kürze von Zeit eine Lösung zu verkaufen, sondern die Beschäftigung mit deinem Problem zum Geschäftsmodell zu erheben. Weil sonst kriegst du diese große Pyramide, und vor allen Dingen die unten, die Junior Consultants, nicht gut verkauft. Und ich glaube tatsächlich, das sind die beiden Sachen, und Mittelstand ist eben auch lösungsorientierter, deswegen kommt es da gut zusammen. Mittelstand ist ja auch häufig genervt von Beratung, weil die eben tatsächlich nicht die Lösungen kriegen. Und ich glaube, totale Lösungsorientierung und unternehmerische Partnerschaft sind dann die zwei Sachen, in denen wir tatsächlich wettbewerbsfähig sind als Agenturianer. Und vielleicht ein bisschen Reduzierung der Komplexität. Das beobachten wir relativ häufig, dass doch Mittelständler sagen, ich habe irgendwie keine Zeit und keinen Bock auf 20 Gewerke, die sich gegenseitig Fingerpointing betreiben. Lass uns das ein bisschen stärker konsolidieren, vereinfachen sozusagen. Zurückkommen vielleicht auch zu dem, was Marketing oder andere Bereiche mal machen wollten, nämlich nicht unbedingt Agenturen zu koordinieren. Zu sagen, also insofern, da sehe ich eigentlich tendenziell eher die größere Chance, weil im Corporate-Bereich ist das sicherlich was anderes. Ich meine, die großen Netzwerke machen das vor. Glückwunsch nochmal, Omnicom, Mercedes-Benz gewonnen. Florian Adams geht so verdanken, nicht mir, aber ja. Oder ja, S4 Capital am Ende mit BMW. Also die ganz großen Tickets werden dann am Ende doch schon, interessanterweise hat das dann auch Accenture nicht gewonnen. Obwohl man eigentlich gedacht hätte, ja, die müssten eigentlich weit vorne sein, weil das ja sehr prozessgetrieben gewesen ist. Aber in dem Fall hat dann doch mal wieder Erfahrung gesiegt sozusagen. Und Martin hat alle in den Wind geschlagen. Ja, und du hast ja zwei Sachen. Also was ich vorhin meinte mit dem, sagen wir mal, generalistischen Spezialistentum ist ja genau das. Es ist genau dieses, ich kann dir eine Lösung zusammenbauen, die dir am Ende Komplexität reduziert. Deswegen auch große Achtung vor dem, was ihr da macht und wie ihr es zusammenbaut. Die Frage ist halt immer, wie groß muss die Lösung sein? Und wenn du dir einen Daimler anguckst, so viel kann man sagen, die Lösung ist dann eben sehr, sehr groß. So groß, dass du eben unterhalb einer bestimmten kritischen Größe dafür gar nicht mehr antreten musst, weil du es einfach nicht hinbekommen wirst in der Dimension. Das ist ja auch am Ende, was den Markt wahrscheinlich in den nächsten Jahren dominieren wird. Am Ende wird sich das konsolidieren. Ja. Weil ich glaube, die einzelne Agentur, die 30, 40, 50 Mann stark ist, die ja gerne in ihren Credentials behauptet, was sie alles kann. Wenn ich das so sehe, da geht der Weg ganz klar in Richtung Verdichtung, Konsolidierung. Und dann gucken wir mal, wo da am Ende die Pokale verteilt werden. Ich glaube, was wir alle noch nicht genug auf dem Zettel haben und man wirklich eng beobachten muss, gerade wenn du aus einer Welt der Lösungen kommst, und lass uns mal kurz diesen Gedanken folgen, weil ihr seid ja auch ein Lösungsanbieter, dann gibt es natürlich auch die Lösungsanbieter, die heute ein Problem haben, die wir früher Outsourcer nannten. Also die Cognizant dieser Welt, die Capgeminis dieser Welt, am Ende auch die Essentials dieser Welt mit so 150.000 Leuten in Indien. Auch die sind ja, ähnlich wie Agenturen im Übrigen, ein Stück weit undifferenziert geworden und austauschbar. Auch die bewegen sich mit der krassen Macht des Kapitals. Sie akkumulieren dadurch ja immer stärker in dieses Lösungsgeschäft rein. Und wir werden sehen, dass auch Cognizant war ja schon in Pitches dabei, auch die in dieser konvergenten Zone der Lösungsanbieter zukünftig noch viel stärker mitspielen werden. Also dieses Geschäft wird auf der einen Seite interessanter, strategischer, aber eben auch noch wettbewerbsumkämpfter werden. Und siehst du es so, wenn ich mir angucke, was kann eigentlich, außer vielleicht Regulatorik, die Macht der großen Internetplattformen, nenne ich sie mal, oder Tech-Plattformen? Das ist ja die eigentliche, also wir haben ja eigentlich zwei, in Anführungsstrichen, Szenarien, die uns gewissermaßen Schwierigkeiten bereiten als Agentur. Das eine ist sicherlich die großen Beratungen. Da zitiere ich die Freunde von Google, they are here to stay. Da wird sich auch meines Erachtens nichts Dramatisches verändern. Und dann haben wir natürlich die geballte Kraft und auch die Kapitalstärke sozusagen. Ich meine, deren Cash-Bilanz lässt sich ja durchaus sehen. Der großen Tech-Konzerne, die ja auch am Ende in den USA, glaube ich, schon vier Fünftel oder was des Marktes ausmachen. Also da degradiert sich ja auch eine Branche gewissermaßen zu einem Nischen-Player. Hat Europa und mal so die Ebene vielleicht, in der wir unterwegs sind, können wir da eigentlich aus deiner Sicht noch Schritt halten. Mit Gaia X wird ja dann am Ende auch von Amazon und Microsoft und so gebaut am Ende. Das ist ja irgendwie auch ein Feigenblatt. Aber ich bin sehr skeptisch, ob ohne Regulatorik man dem eigentlich Einheit gebieten kann. Weil das Geschäftsmodell halt auch klug ist. Es gibt zwei Aspekte daran. Einmal den Aspekt, der heißt, Innovation ist ja immer. Also die nächste Veränderung des Marktes ist ja direkt hinter der Kurve. Und das sind inzwischen auch alles Konzerne, die, wenn man sich Facebook anguckt, beispielsweise Meta, tatsächlich auch immer mal wieder einen Schritt auslassen in Innovation oder den nicht sehen. Also das Wachsen von TikTok an der Seite von Facebook, sicherlich ein Beweis dafür, dass auch die nicht immer mehr den Puls fühlen. Facebook altert genuin. Man kann sich im Prinzip an der Facebook-Plattform selbst angucken, wie das Facebook-Management altert. Also du musst schon auch immer noch im Zeitgeist bleiben. Und Innovation, innovative Bewegungen werden einfach schneller. Und wenn du dir anguckst, wie erfolgreich und wie riesig ByteDance in China ist und damit auch die TikTok-Plattform hier in Europa, dann ist das schon was, was nochmal andere Konflikt- und Konkurrenzsituationen machen wird, als wir sie kennen. Das ist so ein, hättest du mich vor zehn Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, gefragt, ob MySpace jemals wieder weggeht, wäre meine Prognose nicht gewesen, auf jeden Fall. Und das kann schon passieren, weil Aufmerksamkeit von Audiences ist ein fluides Gut. Und Zeitgeist und License to Operate ist es eben auch. Insofern, da ist noch eine Dynamik drin, die wir alle nicht unterschätzen sollten. Und Fortnite und Roblox würden sich jetzt nicht so bedroht fühlen von Facebook. Die sind irgendwie mehr Metaverse, als es Facebook zum jetzigen Zeitpunkt sein kann. Wird es Europa helfen? Eher nicht so. Es wird machen, dass wir in diesen dynamischen Märkten nie vollständige Monopolisierung sehen, zumal es ja auch irgendwie eine wachsende Literacy, also Lese- und Rechtschreibfähigkeit bei den Konsumenten gibt. Irgendwie was das Thema, ich spreade meine Informationen über Mehrplattformen, ich bin nicht mehr bereit, alles preiszugeben und so weiter angeht. Was im Übrigen auch eine europäische Errungenschaft ist. Also das ganze Thema GDPR, DSGVO, beschreibt ja auch ein bisschen einen soziologischen Wandel hin zu einer größeren Awareness, was du so preisgibst und was du nicht preisgibst. Ich glaube, Europas Wertschöpfung und Zukunft liegt in der Flucht in die Komplexität. Also deswegen ist es auch so interessant, sich mit regulierten Industrien zu beschäftigen. Und wer da gerade groß ist, wenn du dir anguckst, irgendwie Arztbuchungssoftware. Ist jetzt nicht Facebook, ist aber ein extrem hochwertiges Geschäftsmodell. Dann ist eben der Marktführer, der da gerade wächst und hoch bewertet ist, Dr. Lib, ein französisches Unternehmen. Also tatsächlich glaube ich, dass gerade das Internet rückt jetzt in komplexere Welten vor. Produktionssoftware, Business Process Mining, Celonis ist gerade was, 12 Milliarden wert geworden. Die ersten Fintechs, sieben, die jetzt irgendwie mehr als eine Milliarde wert sind, ist auch reguliertes Geschäft. Also diese komplexen Nischen sind so die europäische Hoffnung. Wird es eine Medienplattform geben, die Facebook den Rang abläuft und die aus Europa kommt? Mutmaßlich nicht. Werden wir in der Digitalisierung von Produktion, von komplexen Industrien, von Krebsforschung, was auch immer, europäische Champions sehen, auch in Green Tech beispielsweise? Mutmaßlich schon. Und dann reicht es vielleicht für uns. Man muss ja nicht mit Medienkonzernen Geld verdienen. Nein, das meine ich auch nicht. Ich glaube, man darf sich da auch jetzt nicht Bange machen lassen oder erschrecken lassen. Facebook oder andere in dieser Kategorie sind ja auch nicht das Maß aller Dinge. Es gibt ja viele andere Themen, die auch eine, ich sage mal, eine etwas andere Relevanz vielleicht sogar haben für eine Gesellschaft. Die beiden großen Themen, die uns extrem beschäftigen werden, so in der nächsten Zeit sind, A, Energiewende, kriegen wir es tatsächlich hin. Und schaffen wir es diesem Anspruch, der da ja mal drin steckte, Deutschland zum Experimentierfeld zu machen, um dann daraus exportfähige Dinge zu generieren? Und dann klappt das noch? Und daran anschließend glaube ich, ich mache da gerade wirklich wahnsinnig viel, so die Zukunft der Mobilitätsindustrie in Deutschland und Europa. Also die ganze Frage von, sind die Volkswagen, Daimlers, BMWs und wie sie alle heißen, noch die großen der Zukunft und die großen Treiber von Beschäftigung in Deutschland? Oder sind sie das dann zukünftig irgendwann nicht mehr? Und ich sage extra nicht Auto, ich sage Mobilität. Und ich glaube, wir haben dieses riesige Problem, immer nur Auto anzugucken und nicht darüber nachzudenken, dass es irgendwie ja kein Gegensatz zwischen öffentlichen Personennahverkehr und Auto gibt. Also das sind so die Themen, die schon einen Riesenunterschied machen. Wenn du dir mal anguckst, es gibt ja neben Tesla noch ein zweites Unternehmen, was da so im Windschatten wächst, Octopus Energy, inzwischen auch ein Unicorn, so ein Energieunternehmen ohne Kraftwerke. Dann siehst du eben, dass diese beiden Sachen zusammengehören. Also die ganze Frage von elektrischem Autofahren ist eine Frage von Speichern von Strom, Verwalten von Strom, ist eine Frage von Infrastruktur und Ähnlichem. Und wenn du so in die Automobilindustrie reinguckst, dann vermitteln die einem immer das Gefühl, dass sie finden, dass diese beiden Sachen eben nicht zusammengehören. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein sehr entscheidender Moment, sehen wir da weiter Wettbewerbsfähigkeit? Wir sind, glaube ich, bei 23 Prozent aller deutschen Jobs, die direkt oder indirekt davon abhängig sind. So, das ist eine entscheidende Größe und die ist eben von unserer... Und auch eine Chance. Riesenschance. Aber für uns eine große Chance, wenn ich mir angucke, wo wir da heute stehen. Aber da bist du eben wieder bei einer Apple-Google-Diskussion. Wenn du dir irgendwie die große, welches Betriebssystem wird auf einem Auto mal laufen, Diskussion anguckst, dann ist die eben wieder kurz davor in eine ähnlich traurige Erzählung zu kippen. Wie wir das eben bei der Facebook-Diskussion schon gesehen haben. Volvo und Google entwickeln eben zusammen Betriebssysteme von Autos, also Polestar in dem Fall. Wir sehen da wenig Bewegung. Also da wird es eine Beschleunigung brauchen, was wir bei der Elektrifizierung ja gesehen haben, ist, diese Beschleunigung funktioniert, wenn die wollen. So, Volkswagen ist eben im Zweifel in der Lage, ein Volumen elektrische Autos herzustellen. Da träumt Tesla von. Ob die dann auch damit so viel Geld verdienen, andere Frage. Also dieser Schritt wird schon irgendwie nochmal ein sehr, sehr, sehr entscheidender. Da glaube ich fest dran. Und dann sind wir irgendwie bei anderen Wertschöpfungsmodellen, so Metaverse. Wird das irgendwann im großen Maße mal unsere Kommunikation treiben? Wahrscheinlich schon. Also so Thema Fortnite und vor allem Roblox. Wenn man sich das anguckt, dann merkt man schon irgendwie, das ist anders als in Second Life, was ja so ein bisschen das Metaverse unserer Generation war, tatsächlich irgendwie real und tangible. Da entsteht Wertschöpfung. Das ganze Thema NFTs, digitale Güter, digitale Kunst geht, glaube ich, auch nicht mehr weg. Da werden wir mehr von sehen. Und wir sehen jetzt irgendwie, dass die Sequoias dieser Welt anfangen in Lizenzen zu investieren für NFTs und ähnliches. Also so, da entsteht schon eine genuin digitale Industrie. Also dieses ganze Thema ist ja schon ganz lange da, ehrlich gesagt. Digitale Güter gibt es ewig, aber in dieser Wahrnehmung gibt es die eben noch nicht so ewig. Da wird schon was passieren. Wird Facebook da erfolgreich und glaubwürdig drin mitspielen? Ich bin da skeptisch, ehrlich gesagt. Also so, weil es fühlt sich nicht so an, als ob die gesellschaftliche Akzeptanz von Facebook jetzt ein Moment ist, dass wir alle darauf gewartet haben, uns auch noch in ein Metaverse zu begeben. Ja, manche Dinge haben so ihre Zeit. Also das kann ja auch immer mal sein. Also das sehen wir ja in Deutschland, was ist da so über die letzten Dekaden so an Unternehmen auch verschwunden, wie viele Generationen überdauert haben. Das ist der Lauf auch letztendlich der Dinge. Ich glaube, da stecken eine Menge Chancen drin. Ich hoffe nur, dass es mit maximaler Konsequenz auch betrieben wird. Weil wenn du dir anguckst, was jetzt so im privaten Umfeld so passiert, wenn du dir, schau mal irgendwie, dass du eine Genehmigung für irgendwas kriegst, sozusagen. Das ist alles zu lang. Und deswegen kommt da so eine... Ja, und da sind wir bei diesem Energiewende-Thema. Das ist ja so dieses, da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Wenn man sich dann mal irgendwie eine Stunde damit beschäftigt, wie wir reguliert haben, dass Smart Mieter funktionieren, um dein Zuhause zu steuern, stellt man eben fest, dass es sehr deutsche Logik gibt. Es gibt eine schöne Geschichte. So ein Smart Mieter muss in einem Koffer transportiert werden zu dir, in dem sonst Waffen transportiert werden, weil der irgendwie so eine Zertifizierung bekommen hat. Also du kommst halt immer wieder an diesen Punkt von, wir haben so vieles so inkohärent gemacht, dass man nochmal zurück so auf die Wurzel gesetzlichen Handelns und gesetzlicher Regulierung muss. Und eigentlich brauchen wir so einen Augenblick der Digitalisierung unserer Demokratie. Und wir vergessen ja immer eine Sache und die ist, glaube ich, ganz wichtig im Kopf zu haben. Fast alle unsere Gesetze, mit denen wir heute versuchen, Digitalisierung zu fassen, stammen aus so 1841 bis 1871, inklusive des Verwaltungsrechts. Dass eine aus 1800 umsonst sowas regulierte Verwaltung komisch mit Digitalisierung umgeht, weil die Gesetze, auf deren Basis sie handeln müssen, Digitalisierung noch nicht kennen könnten, das finde ich gar nicht mal so überraschend. Und ich finde, es muss mehr wirtschaftliches Handeln in die Köpfe rein. Also wenn ich mir überlege, Beispiel, du hast ein Solardach auf dem Haus und du kriegst halt, den Strom gibst du ab für 11 Cent und du kaufst ihn dann wieder zurück für 33 Cent. Das ist dreifache in etwa. Da fragst du dich halt schon, ja, und dann füllst du noch als, dann bist du irgendwann gewerblich und dann füllst du noch irgendwie 20 Seiten Anträge aus, um das alles zu erklären. Und ich sage, pass mal auf, ist doch ganz einfach. Das gibt das Ziel, mehr Solardächer auf die Häuschen, also volle Kraft voraus. So, und dann kann man dem Mensch doch zutrauen, diese Entscheidung selber mal zu durchdenken und zu überlegen, was hat er eigentlich davon? Und wenn das Ziel wäre, eine Million Solardächer zu bauen, dann schafft man es nicht mit Anträgen und mit Belästigung, sondern eigentlich eher mit ein bisschen Freigeist und sagen, okay, das ist unser Ziel. Ja, du bist ja wieder bei Kohärenz. Also es ist halt so ein, an irgendeiner Stelle wird es schon mal jemand eine gute Idee gefunden haben, dass du das selber entscheiden kannst. Nun gibt es dann 17 Rechtsmaterien, die dafür Sonderregelungen, also du kommst halt wirklich immer wieder zurück zu, das ist ja auch so ein bisschen die Beobachtung aus der Koalitionsverhandlungsrunde. Und mein Eindruck ist, die Ambition ist hoch und irgendwie allein. Alle wollen, dass wir jetzt einen Sprung voran machen. Die Frage ist halt tatsächlich ein, sehen wir auf der Ebene des Wie denn die richtigen Maßnahmen? Und da bist du dann wieder bei, dieser Staat hat zwei zentrale Momente, an denen er geschaffen wurde. Moment Nummer eins, 1841, Bildungsrecht kommt da noch her und Verwaltungsrecht kommt da noch her und 1945, da kommt der Föderalismus her. Und sich die Frage zu stellen, ob wir jetzt 160 Jahre vom einen Event, 180, und 80 Jahre vom anderen Event weg nicht die Annahmen dieser Zeit nochmal überholen müssen, die finde ich relativ relevant. Ich weiß nicht, ob das ausreichend diskutiert wird. Nee, das wird nicht nur nicht diskutiert, ich glaube, das wird auch nicht wirklich ernsthaft verfolgt, weil die Frage ist ja immer, in wessen Interesse liegt das eigentlich? In Deutschland erlebe ich doch zu häufig das Thema, ja, es geht nicht weil, sozusagen. Und das ist genau das, was du auch in Unternehmen ja ständig kennst. Ich meine, versuche mal eine Gruppe zusammenzubauen mit sehr vielen Partikularinteressen von einzelnen Spielern, da höre ich mir den ganzen Tag an, warum etwas nicht geht, sozusagen. Und selten kommen Leute mal und sagen, Mensch, es geht aber doch, quasi. Und das fehlt, finde ich, ein bisschen. Ich verstehe, dass das eben schwierig ist und dass das auch nicht so leicht ändern dabei ist, noch dazu, wenn man alle vier Jahre sich neu sortieren muss. Und das ist ja leider auch nicht alles synchron, sozusagen. Insofern gibt es ja eigentlich nie eine wahlfreie Zeit. Aber am Ende, wenn man was bewegen will, dann muss man eben auch mal voranschreiten, sozusagen. Und das fehlt. Ich bin ja überzeugt davon, dass wir beide uns auf eine Sache verlassen müssen. Und die ist ja ein bisschen hoffnungsfrohstimmend. A, das ist das, was wir ja die ganze Zeit schon sagen, das Ambitionsniveau war nie höher als jetzt gerade. Und es muss auch, also so, die Unzufriedenheit, die wir beide haben, die ist irgendwie ubiquitär. Ja. Und B, und das macht mich wirklich relativ gut gelaunt, wir haben den jüngsten Bundestag, den wir seit langem hatten. Ja, das stimmt. Da sitzen Menschen, die die Zukunft, die sie anrichten, noch erleben werden und dafür auch gerade stehen müssen. Und das ist schon energetisch irgendwie. Also du hast bessere Bundestagsdiskussionen, da gibt es irgendwie bessere Themen, weil das eben Menschen sind, das ist ja auch mal so der Vorwurf, die das noch sehen werden, was das Ergebnis ihres Handelns ist und nicht für eine Zukunft, die jetzt nicht mehr ihre Zukunft ist, Handeln. Ja, deswegen finde ich zum Beispiel, da habe ich lange drüber nachgedacht, wie ich das eigentlich finde. Und mittlerweile denke ich, ja, warum nicht das Wählen ab 16 zum Beispiel erlauben, um das Gewicht so ein bisschen der Stimmen mal zu verändern, weil wir natürlich schon, noch bin ich nicht so weit, aber auch ich gehöre ja irgendwann hoffentlich zu denjenigen, die dann über der 60 sind und dann vielleicht von Rente leben. Und das kann ja nicht gut sein, dass das irgendwie die Partikularinteressen einer bestimmten Gruppe nur bedient. Also ich bin da sehr für Wählen. Da bin ich auch mittlerweile sehr dafür und war ganz überrascht, dass man ja zumindest jetzt anlässlich der letzten Bundestagswahl auch gesehen hat, was dann am Ende Erstwähler auch gewählt haben. Das war für mich schon überraschend. Hätte ich sogar anders gesehen. Aber da scheint es ja einen Reflex zu geben, dass Dinge auch irgendwie vorankommen müssen. Und deswegen hat man ja mit Grünen und FDP da auch ein Statement mal gesendet, sozusagen. Das ist irgendwie schon ganz bedankenswert. Gut und schlecht zugleich, aber die nächste Generation wird es richten müssen. Da haben wir sie ja alle da. Also wir können es ja auch machen. In diesem Sinne. Vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit ist es leider schon vorbei. Vielen Dank für die Inspiration. Auf bald in Berlin. Hoffentlich in persona. Corona befreit. Und alles Gute bis dahin.